Liebe Feuchterinnen und Feuchter, es ist soweit, die Weihnachtszeit ist da. Die Zeit um Weihnachten ist nach einem arbeits- und ereignisreichen Jahr die beste Möglichkeit, in Ruhe auf das zu Ende gehende Jahr zurückzublicken und dabei unser Tun und Wirken zu betrachten. Nur im Kontakt und in der Zusammenarbeit mit anderen Menschen ist die Freude am schönsten, sind Leid und Trauer am besten zu verarbeiten und die Chancen auf Erfolg am größten. Ich möchte mich besonders bei den Ehrenamtlichen bedanken, die sich für die Gemeinschaft einsetzen. Hier wird wahre Nächstenliebe gelebt und der Zusammenhalt gefestigt. Ich wünsche mir für unsere gesamte Marktgemeinde auch weiterhin aktive und vitale Vereine, Bürger, die ehrenamtlich helfen wollen und zwischen allen Bürgerinnen und Bürgern ein ehrliches und freundschaftliches Miteinander. Ich wünsche mir, dass wir Verständnis und Toleranz zeigen und gemeinsam unsere Gemeinde weiterentwickeln. Ich wünsche Ihnen ein frohes, friedvolles und besinnliches Weihnachtsfest. Finden Sie Ruhe und Entspannung und schöpfen Sie Kraft für 2020. Für das neue Jahr wünsche ich Ihnen Glück, Zufriedenheit und alles Gute für Ihre Gesundheit. Ihr Jörg Kotzur